Zeitgleich haben mich unter meinen letzten This Means War Folgenvideos zahlreiche darauf hingewiesen, dass ich noch gar kein Labor habe und ich hatte mich ehrlich gesagt während dem Spielen auch schon selber gewundert, ob es denn sowas gar nicht gibt. Erklärung, die ein, zwei Gebäude war nicht auf das Technikerzelt bezogen, sondern wenn man ganz nach drüben ist, hatten wir hier noch das Labor versteckt, welches ich jetzt hier auch schon habe. Das Forschungseinrichtung heißt hier, ich habe es mittlerweile auch schon ganz fleißig auf Stufe 3 geupgradet und kann es jetzt auch gleich auf Stufe 4 upgraden. Und was ich recht cool finde, was ja nicht überall funktioniert, man kann hier forschen, während geupdatet wird. Also ich habe jetzt hier unseren Soldaten schon auf Level 2, habe dann unseren Panzer, wo haben wir ihn denn? Hier den Goliath-Panzer habe ich auf Level 2 und würde sagen, wir machen jetzt hier vorne auch gleich weiter mit dem Raketenschützen. Für 100.000, dauert 8 Stunden, die Preise sind also wirklich noch super überschaubar. Und was man auch sagen muss, ressourcentechnisch hat das Sammeln wirklich gut geklappt. Ich hatte fast durchgehend beide komplett gerammelt voll. Jetzt habe ich hier wieder ein paar Updates gestartet, habe einmal ein Vorratslager und ein Rot-Quecksilber-Lager auf die Stufe 9, dass ich da wieder ein bisschen mehr Platz habe. Ansonsten habe ich jetzt über Nacht hier noch mein Wachtturm auf die Stufe 4 gebracht. Die anderen sind ja bereits schon Level 6 und es laufen hier gerade fleißig drei Updates nebeneinander. Einmal schwere Artillerie auf drei, dann eben gerade das Labor, ein bisschen die Forschungseinrichtung, die wir gestartet haben und hier kommt der Infanterie-Bunker auf die Stufe 4. Was haben wir momentan in unseren Militärlagern? Ihr seht hier kurz die Truppen und ich würde auch sagen, wir wagen uns gleich mal an einen Angriff und heute würde ich sagen, gehen wir doch, ja doch machen wir die Kampagne weiter. Wir wollen ja hier vorankommen. Digitale Agenten, wir haben eine Schwierigkeit mit unserer Internetverbindung. Finde die Ursache, damit wir uns das Staffelfinale ansehen können, bevor es uns jemand verdirbt. Und dann schauen wir uns doch die digitalen Agenten direkt mal an, was die zu bieten haben. Major Walker, es wird Zeit, diesen Konflikt in die nächste Generation der Kriegsführung zu befördern. Alpha-Protokoll initiieren. So, also, wir haben hier einiges an Verteidigungseinheiten und haben auch drei Infanterie-Bunker zum Verteidigen. Das heißt, dann locken wir doch gleich mal hier raus. Und jetzt geht es hier gleich richtig ab. Wir haben Gott sei Dank auch eine große Menge an Truppen und die rennen hier einfach durch. Also auch ganz nett crazy. Aber wir sind diesmal, glaube ich, besser gerüstet als die Male zuvor. Wir haben vier Bodenvolk und es scheinen wirklich irgendwie so special Einheiten zu sein, die hier einfach durchrennen. Das heißt, ja, die werden gut abgeräumt und wir marschieren das Ganze mal ganz hier durch. Optisch finde ich, von den Mauern sieht das Ganze ziemlich cool aus. Aber wir müssen jetzt eben schauen, dass wir möglichst schnell diese Infanterie-Bunker zerstören. Aber die rennen hier wirklich einfach wild und planlos drauf los. Lassen wir sie rennen. Werden hier durch die verbleibenden Schützen hinten noch easy ausgeschaltet. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier doch ein bisschen weiter aufräumen. Wir arbeiten uns in der Gruppe den Weg nach vorne. Die hier sind ganz fies. Die Raketenwerfer und von hinten schießen jetzt die Türme. Aber wir haben ja auch noch die Panzer und dergleichen, die von außen herum Schaden machen. Und ich denke, das sollte auf alle Fälle die 100% möglich sein. Hier hinten haben wir noch zwei Türme, die verteidigen. Ja, das haben sie aber doch ganz gut aufgeräumt. Aber jetzt haben wir sie gleich beide ausgeschaltet. Die Raketenwerfer heißen, glaube ich, und jetzt können wir uns weiter nach hinten arbeiten. Unsere Einheiten regenerieren ja auch langsam wieder. Es gibt wieder einen Panzer hinterher. Und wir arbeiten uns Richtung Turm. Hier in der Mitte haben wir unsere, die aus der Distanz schön Schaden machen, die das letzte Mal so schnell ausgeschaltet wurden. Jetzt easy überlebt. Und jetzt sind wir dann auch gleich am Hauptgebäude, das wir hier ausgeschaltet haben. Und jetzt fehlen nur noch diese zwei Türmchen und ein Quecksilbergebäude. Und dann haben wir das easy geschafft. Bei uns wurde 0% zerstört. Das war irgendeine ganz crazy Einheit, die da angegriffen hat. Okay, hier hinten noch ein Technikerzelt. Aber dann war es das. Einwandfrei. Solide 100%, würde ich mal sagen. mit einer wirklich starken Formation. Auch natürlich in unserer Anführungszeichen Clamburg. Die Truppen haben sich nicht geschadet. Das heißt, wir können hier auch direkt gleich mal wieder eine Einheitenanforderung rausschicken. Und jetzt wurde im Hintergrund schon weiter produziert, sodass wir gar nicht mehr ganz so viel. Aber jetzt, ganz, ganz klar, wo ich richtig heiß drauf bin, werden wir es mit B6 Benjis das nächste Mal probieren. Nehmen wir zwei Stück mal mit. Sind ja doch nicht allzu billig. Und ansonsten nehmen wir von denen nochmal zwei, von denen zwei und dann wieder wirklich schön viele Bodentruppen. Das war wirklich richtig effektiv. Da macht es dann einfach die Menge. Und auch die Scharfstützung war nicht schlecht. Und da sollten wir wirklich wieder eine richtig gute Zusammenstellung für den nächsten Angriff haben. Der denn da laufen wird. Dann schauen wir mal rein, was die Kampagne als nächstes bietet. Oh, jetzt haben wir drei zur Auswahl. Einmal eine Umverteilung. Major Walker hat an diesem Ort Ressourcen abgebaut. Glaubst du nicht auch, dass bei dir besser aufgehoben werden? Zieh los und hol sie dir. Kommande Centrale 4 empfohlen. Und hier haben wir zugemauert. Die Techniker des großen Zaren haben einige Mauern errichtet, um deinen Vormarsch zu behindern. Unsere Hacker könnte es gelingen, durchzukommen. Auch Stufe 4 und hier auch Stufe 4. Also da haben wir dann beim nächsten Mal wirklich freie Auswahl. Könnten natürlich auch mal sagen, wir machen Kampf unter Freunden, wo man dann eben schön diese Gems sich erbeuten kann, was wirklich auch ganz cool ist. Und man sieht hier, es spielen mittlerweile doch einige meiner Freunde. Hier oben schon. Und man kann immer vier holen pro Angriff. Also da können wir uns auf alle Fälle auch mal dran wagen. Oder natürlich ganz klassisch mal in dem Mehrspieler-Match, wo ich jetzt selber noch so gut wie gar nicht rein bin. Man sieht es ja auch hier an meinen Pokalen, sage ich mal. Die sind auch recht überschaubar. Im Chat auch ein bisschen ein paar aktiv. Können wir eigentlich auch gleich Truppen spenden. Wir wollen ja hier nicht knausern. Hier gibt es auch nicht, wie bei das machen wir hier noch voll. Jo, und es sind fast alle Truppen weg. Jetzt müssen wir selber wieder nachproduzieren. Da machen wir wieder ein paar. Und hier. Und dann sind wir da bestens gewappnet. Und auch im Forschungslabor, wie gesagt, wird Forschungseinrichtung, so heißt es korrekt, wird weitergemacht. Jetzt wird es für mich nur noch Zeit, dass ich hier etwas umbaue. Ich habe die Mauern des größten Teils schon ein bisschen weiter geupgradet und dergleichen, aber generell umgebaut noch nicht. Hier, wenn man sieht, die Minionreihe hinter den Mauern ist vielleicht auch nicht ganz so sinnvoll, aber das wird sich die nächsten Zeit sicher anbieten, dass man da auch noch mal einen Umbau in die Wege leitet. Jo, dann danke ich mich zum einen natürlich für den Hinweis auf die Forschungseinrichtung, die bei mir wirklich unterging. Da macht sich auch einige aus, dass die Truppen dann jetzt deutlich stärker sind und dementsprechend dann doch auch zum Beispiel, was wir ja im letzten Video gefailt haben, den Angriff, wenn wir das dann jetzt mit stärkeren Truppen probieren, die ein bisschen geupdated sind, dass wir die dann wirklich easy schaffen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über jeden Daumen hoch. Abo könnt ihr gerne da lassen. Auf Facebook Brennerchen Blaze könnt ihr mir folgen und denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.